Der Internetkonzern Facebook muss 5 Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen. Der Grund, Facebook hatte persönliche Informationen von 87 Millionen Kunden, ohne deren Einverständnis an die britische Beratungsfirma Cambridge Analytica weitergegeben. Durch die Strafzahlung entgeht die Online-Plattform einem Gerichtsverfahren. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC kritisierte, Facebook habe Millionen von Menschen getäuscht. Zudem habe der Konzern Telefonnummern vermarktet, die ihm die Kunden aus Sicherheitsgründen anvertraut hätten. Facebook, das seinen Gewinn vor allem mit individualisierter Werbung verdient, muss nun strengere Datenschutzrichtlinien implementieren. Außerdem muss Firmengründer Mark Zuckerberg künftig alle drei Monate schriftlich bestätigen, dass Facebook die Privatsphäre seiner Kunden achtet. Der Ärger ist für den Konzern damit aber noch nicht ausgestanden. Das US-Justizministerium prüft derzeit in einem weiteren Vorgang, ob Facebook seine Marktmacht missbraucht hat, den Wettbewerb verzerrt, Innovationen erstickt und anderweitig den Verbrauchern geschadet hat.